Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich mach gegen Flo ein Sniper Battle und Flo ist natürlich auch dabei. Und ja, es kommt ein richtig geiler Ausraster. Und guckt euch das Video unbedingt bis zu meinen Namen. Es wird richtig geil und ich würd sagen, gönnt euch das Video. Da gibt es eigentlich Luftballons. Der geht nicht mehr ab. Bruder! Leute, ich weiß nicht, das war die erste Runde. Nein. Okay, ja. Das geht zwar mal wieder. Ja, du darfst mich doch nicht kennen mich bis jetzt. WUNE Man ist sie, ich kann jetzt immer sehen die D Tat Hä? 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 er hat so ehrenlos Bruder er hat er hat er hat er hat Hochhalter komm mal her, komm. Bruder, das ist ehrenlos, dass du mit Medikits spielst. Weißt du das? Ehrenlos ist... Ja, guck, guck, das Medikits ist nicht mal da und dafür legt den Impulsgranator. Und jeder sagt, er spielt nicht. Pack das Medikits, du kannst mich verstanden. Du kommst jetzt hier zu mir. Und pack das Medikits, du kannst mich verstanden. Ich werde dich mit Pulschen, Alter. Ah, du wirst mich gleich killen, das sag ich dir aber. Der ist ehrenlos, war nie. Ja, guck, das ist ehrenlos, pack das Medikits weg. Ich bin einfach nur eine Legende. Hä, die Leute, ihr habt es gesehen, ich hätte ihn gekillt, Alter, wenn er den Medikits genommen hat. Hätte. Pack das weg, komm her. Ja, schieß mir nicht ab, und es... Ja, zeig, wo hast du es hingelegt? Sag ich sie nicht. Nee, sagst, wetten, du hast es noch? Nein, ich sag, ich schwöre es auf den Vorteil an der Punkt. Okay. Ich habe ihn nicht mal angegriffen, Alter. Ich habe ihn ja nicht mal angegriffen. Ich bin so gut, Alter. Ahaha. Das sagst du nur, du ne? Aber...